Das hat mächtig gesessen Oliver Pocher, 45, zählt zu einem der bekanntesten Comedians Deutschlands. Dass er bei seinen Witzen jedoch auch gerne mal weit über die Stränge schlägt, ist kein Geheimnis. Nur selten nimmt der gebürtige Hannoveraner ein Blatt vor den Mund, was ihm zuletzt wohl auch zum Verhängnis wurde. Oliver verrät, dass er kürzlich von den Geissens strikt ausgeladen wurde. In seinem Podcast Die Pochers. Frisch recycelt, spricht der Komiker mit Ex-Sandy Meyer-Wölden, 40, über das Erlebnis. Nachdem er nach Dubai gereist war, wollten sie gemeinsam mit den Geissens zu Abend essen, vergeblich. Bereits auf dem Weg zum Dinner soll Olli kurzerhand ausgeladen worden sein. Ich fühlte mich wie bei einem Casting. Es muss schon einiges dazu gehören, wenn ich bei den Geissens ausgeladen werde, meinte er daraufhin sichtlich verärgert. Er selbst vermute, dass Carmen, 58, es ihm übel genommen habe, dass er sich einst über ihre Töchter Davina, 20, und Shania, 19, lustig gemacht hatte. Aktuell scheint es eher weniger rund für Oliver zu laufen. Nach der Trennung von Amira, 31, soll diese ihren noch Ehemann vorerst meiden. Wir tauschen uns schriftlich wegen der Kinder aus. Die Übergabe schaffe ich zurzeit nicht persönlich, verriet die 31-Jährige ganz ehrlich vor wenigen Tagen im Interview mit Bunte. Untertitelung vonить auf dem Weg zum